So, willkommen zurück hier bei Dead Island Riptide. So, wir dürfen nicht ins Haus. Der verweigert uns den Zutritt, wir müssen erst irgendwelche Kräuter sammeln. Und wir sind gestiegen. Oh, Fähigkeiten. Dann lass mal sehen, was wir hier noch machen dürfen. Nee, 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 das Bedrohungsfaktor wollen wir nicht. Erbeutet das Geld plus 20%, das wäre auch kein Scheiß, ne? Wertiges Bild verbrechen von Knochen von Feinden. Erhaltender Schaden durch Google minus 6, also geschossen wird noch nicht. Rückschlagschaden, Verkaufspreis plus 10%, Haltbarkeit von Waffen plus 10%, das ist gut. So, das wollen wir haben. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier die Scheißpflanzen zusammenkriegen. Da wird es auch schon angezeigt, wo wir das überall bekommen. Moment, wo sind wir denn überhaupt? Oh, wir sind ziemlich weit weg. Dann müssen wir jetzt bis dort drüben. Was ist das, Dave? Hat auch noch einen Auftrag für uns hier. Moment, was? Wie jetzt? Wer ist denn das? Mal sehen. Hey, Dave, was geht? Wirst du da bedroht, oder? Nee. Er will Hilfe? Okay. Ich geh mal hin und wenn wir noch kurz fragen, was los ist. Wer ist denn eigentlich die Quest, die wir gerade machen? Ja, das gefühlt immer aus. Listen, ich bin ein Filmdirektor. Ich war mir mein nächster Film hier, und shit! Das verdammt ist, es wurde aus dem Start. Die Crew ist noch auf dem Set. Wir sind in diesem Horror-Film, du siehst? Und dann, diese Dinge hat sie verraten. Christ, ich glaube sie. Anna und Mark. Ja, schon, kann ich machen. Oh Mann ey, das gibt's ja nicht. Ich schaffe, wer geht's jetzt raus. Suche fünf Autobatterien. Suche einen Weg in die Krankenstation. Ich weiß, du kannst ein Forschungslabor... Hä? What? Moment. Okay, das wird hier nicht... Alter. Wo ist jetzt die Mission, die wir gerade gemacht haben? Ach, wir haben die Hauptquest gemacht. Achso, ich wollte eigentlich erst Nebenquests machen. Nee. Ei, 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 ei. Ich glaube, wir werden mal nach Henderson gehen und einen sicheren Ort machen. Das ist doch zum Kotzen, oder? Ich wollte doch erst die Nebenquests machen. Ah, guck mal, der lebt noch, der Sack. Haha, jetzt nicht mehr. Drecksack. Okay, wir gehen zurück. Wir können keine schnelle Reise machen, ne? Die Hauptquest wollte ich eigentlich erst später anfangen. Das ist nachher das Spiel vorbei und wir haben gar keine Nebenmissionen gemacht. Und wir gehen mal kurz da hoch. Also gehen wir mal kurz zurück nach Henderson jetzt. Schauen wir uns dort kurz um. Und ich versuche nochmal kurz die eine Mission fertig zu machen. Okay, da unten ist etwas Größeres. Oh Mann, wir kommen jetzt am schnellsten zurück. Also gar nicht so weit. Okay, ist eigentlich machbar, ne? So, hier ist schon mal ein Boot. Ja, brauchen wir aber nicht nehmen. Bringt eh nix. Ich will mal versuchen, irgendwie zum Fahrzeug zu kommen. Vielleicht wollte ich nämlich mal schauen, ob sich die Quest nicht noch abschließen lässt. Vielleicht kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass es nicht funktionieren sollte, könnte... Ey, ist klar. Aber wir haben einen guten Knüppel. Oh, die Batterie. Ja, Waffen müssen wir auch noch modifizieren. Ah, da vorne ist ein Leiter. Gut. So, da kommen wir... Das heißt Leiter und Steg. Was ist da oben? Was ist das? Oh shit, ne Wasserleiche. Ist der größer als andere? Oh, was für eine Kacke. Weg jetzt hier. Da will ich uns ankotzen. Du kotzt mich an, mein Freund. So, wir kommen jetzt hier zurück. Ja gut, eigentlich können wir auch laufen, wa? Aber ich mag hier mal kurz die Stelle. Dass ich weiß, wo wir hin müssen. Guck mal, können wir hier noch kurz übers Lager. Wir können dort die Mission abgeben oder annehmen, wie auch immer. Da gibt's was. So, hätte sich ähnlich gelohnt. Ich höre mal die Pisserei auf hier. So. Schauen wir uns das mal an hier unten. Selbstmörder. Vorsicht. Weg, weg, weg. Nicht, dass der uns jetzt noch... Nochmal ein Selbstmörder. So. Ich glaube, irgendwas verfolgt mich, ne? So, jetzt sind wir weg. Vielleicht habe ich hier eine beendete Mission, wer weiß. So, können wir gerade mal hier die Nadel wieder weg. Nee, ne, ne beendete ist es nicht, aber... Demir können wir was geben. Was auch immer du willst. Henderson muss sicherer sein als dieses Platz. So, Moment. Da oben. So, sehr schön. Wir haben ihr das Gegengift gebracht. Geben wir einen Schraubschlüssel, wo uns nix bringt. Ich glaube, wir sind zu wenig Schaden. So, jetzt gehen wir mal darüber. Moment, ich markiere mir gerade mal kurz den Bereich. So, dann müssen wir einen Weg finden, irgendwie... In ein Krankenhaus oder wie auch immer. Ich weiß nicht, haben die das schon mal gemacht oder nicht? Vorsicht, wenn das wirft und den Kopf... ...das Ding gestecken haben, am... Oh, sch... Weg. Weg. Da ist so ein Fettsack. Nicht gut. So. Dann lieber mit dem hier, was ich anlegen war. Ich versuche jetzt hier ein Krankenhaus zu sein. Oh, da kommt ein Großer. Ist da ein Selbstmörder? Auhohohoho. Vorsicht, Ausdauer. Ich muss drauf achten. Ich gehe mal aufs Dach, kurz. Also, da vorne ist ein... So, hier muss irgendwo ein Eingang sein. Jetzt, Moment, jetzt gucke ich mal kurz auf der Karte. Suchen Sie... Suche einen Weg in die Krankenstation. Ja, wo könnte die sein? Ich weiß noch nicht mal, wo hier eine Krankenstation sein soll. Hospital oder sowas ähnliches. Was soll hier irgendwo sein? Hm. Auf jeden Fall hier auf dem Dach oben. Sind wir erstmal sicher. Da hinten ist irgendwie ein... Wenn hier wenigstens irgendwo hier ist, eine Bar. Ist das hier eine Krankenstation? Die müsste ja hier irgendwo sein, oder? Ah, hier ist was. Da ist ein Schild. Wir müssen alles töten hier. Scheiße. Oh, das Ding braucht total viel Ausdauer, die Lache. Die ist aber nicht schlecht, die macht gut Schaden. So. Wir müssen uns ein bisschen von der Pelle halten. Birne einschlagen. Oh, da steht da wieder eine. Na komm. So. Geht die oder ran? Nein, die Waffe möchte ich nicht. Haben wir schon wieder alles voll? So, hier ist ein Schild. Dort. Moment. Hier ist... Zeigt in die Richtung, ne? Dann müsste er hier irgendwo... Eine Krankenstation sein. Oh! Fuck! Da ist ein Weg nach oben. So. Okay. Also dann laufe ich mal in die Richtung hier. Oder vielleicht dort oben. Warte mal, vielleicht... Ist es auch hier irgendwo? So. Ist hier eine Krankenstation? Nee. Hä? Ey, flieg mal weg! Holy... Ich hab' nur Zeilen. Und es ist da oben die... Ich hab' keine Ahnung. Vielleicht muss ich auch da hoch. Warte mal, vielleicht gibt's ja hier einen Weg nach oben. Ich glaube, ich hab' sie gefunden. Die ist irgendwie da oben. Seien nur der Weg ist abgeschnitten dorthin. Da siehst du, hier ist nämlich auch... ...ein Schild. Also muss ich da hochkommen. Also muss ich übers Dach gehen. Und übers Dach kommen wir, glaube ich, hier. Ich glaube, da hinten ist ein Leiter. Ja. Da waren wir ja vorhin schon. Jetzt gehen wir aber nochmal hier kurz. Hoch. So, jetzt pass mal auf. Also hier ist ein Schild. So, dann müsste er das hier. Müsste ja rein theoretisch, dass hier die Krankenstation sein, oder? So. Weil hier ist auch ein Schild. Der liegt hier so gemütlich rum. Ah! Da haben wir sie, die Krankenstation. Na also. Ohohoho. Meine Güte. So. Einmal. Da sind nur mehr drin. Oh. Warte mal. Ich glaube, wir haben was zu schießen. Wo ist denn mein... ...Revolver? Hey! Okay, hier geht's wenigstens auf. Kommt da noch einer? Scheiße. Jetzt weiß ich, ob der Wichser an der Tür ist. So, hier funktioniert's. Oh! Oh! Okay, Birne weg. Ja, mit so einem Revolver ist schon besser. Selbst nur der Fleisch. Wow, Verbände? Was muss ich denn da jetzt eigentlich suchen? Irgendwas brauche ich jetzt, glaube ich, von hier. Medizinisch ist gut. Yeah! Alternative... Medizin. So. Wo ist denn alternative Medizin? Dann können wir kurz auf der Karte wieder das hier entfernen. Den Wegpunkt. Und das zurück ins Lager bringen. So, mehr gibt's nicht hier? Nee. Okay. Okay, alles wieder zurücklaufen. Da können wir uns ja recht sicher bewegen, über das Dach hier. Vorerst. Wir müssen mal bis da rüber. Ah, scheiße. Hier kommen wir nicht rüber. Ich dachte, ich war nicht so sicher. Okay. Und dann müssen wir da unten rum. Oh, scheiße. No. Der will uns nur ankotzen. Nicht gut. Drecksack. So, und rein ins Lager. Ja, ja, ich bin Freund. Ich immer gut dem... Ich gute Mann. So. Da können wir auch mal Waffen, die wir, wenn wir nicht mehr brauchen, verkaufen. Wenn wir schon mal hier sind. So. Also, jetzt bringen wir das Zeugs. Er ist, was du brauchst. Alles, was anderes? In order to make the medical kids, I'll need a special fungi, that only grows in caves. Can you gather some for me? Oh, ohne das Fungi, kann ich dir nicht helfen. Das Fungi funktioniert in Miraculous. Hey! So, verkaufen. Au. Den wollte ich weg, den Messing schlagen, den brauchen wir nicht. So, eine strahlende Schaufel, die behalte ich mal noch. Du meinst, du, 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 du. So, das hier tun wir mal weg, den... Den Hammer. So, dann die Axt tun wir weg. Kann man den ganzen Shit verkaufen, den wir nicht mehr brauchen. So, und im nächsten Part werde ich dann auf jeden Fall mal ein paar Waffen modifizieren. So, jetzt haben wir wieder Platz. Guck mal, was ist mit Alkohol? Wir müssen echt mal gucken, dass wir hier irgendwie Monotov-Cocktails bauen können. Gibt es hier irgendwo eine Werkbank? Warte mal, ich gehe mal kurz hin und... Schau mal kurz, ob wir hier schon mal upgraden, erst mal alles reparieren. So. Kostet zwar wieder ein Haufen Geld hier, aber... Modifizieren, so Stacheldraht. Drei von zwei. Betäubungs... Halt, zurück. Betäubungsschlag. Blei schwer. Batterie, Draht, Klebeband, Schocker. Flüssigfeuer-Mod. Feuerzeuggas, Stahlrote, große Batterie, Metallschrott. So, ich glaube, ich mache erst mal den Stacheldraht. Das haue ich auf den da. Warte, Moment. Ah, den kann ich erst auf Stufe 48 benutzen. Warte, ich noch... Hau muss um die... Ja, genau, hau muss um den Morgenstern rum. Sieht ein bisschen cool aus. So, Betäubungsschlag. Machen wir auch. Spaltdachste, ja. Blei schwer, Gewicht, Klammer. So, wir können das hier auch noch machen. Brecheisen und Schocker. Cool, wir können alles noch modifizieren. Nehmen wir das... Oh, wir nehmen das Gute. Brecheisen, jawohl. Und den Schocker machen wir noch. Metallknüppel. Nehmen wir den. Ah, ne, halt. Stufe 48. Den hier. Perfekt. So, dann haben wir... Hä, können wir noch mal was machen? Den Metallknüppel. Ne, das bringt noch nichts. So. Also, dann haben wir ja alles, was wir brauchen. Und wir sehen uns dann wieder... Wow, das Ding sieht cool aus. Ein Fleischklopper mit Strom. Im nächsten Part. Tschüss. Oh, alt gewohnt die Stelle. Mhm.